Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11721 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Schrift ist so klein, da hilft auch meine Brille nicht. Das müssen wir sofort ändern. Die Schrift ist so klein, da hilft auch meine Brille nicht. Das müssen wir sofort ändern. Fahrradfahren fördert die Ausdauer und kräftigt die Muskulatur. Fahrradfahren fördert die Ausdauer und kräftigt die Muskulatur. Fahrradfahren fördert die Ausdauer und kräftigt die Muskulatur. Endlich habe ich einen Parkplatz gefunden. Ich suche gerade ein Restaurant in der Nähe. Endlich habe ich einen Parkplatz gefunden. Ich suche gerade ein Restaurant in der Nähe. Endlich habe ich einen Parkplatz gefunden. Ich suche gerade ein Restaurant in der Nähe. Frösche sind faszinierende Amphibien, die sowohl an Land als auch im Wasser leben können. Frösche sind faszinierende Amphibien, die sowohl an Land als auch im Wasser leben können. Frösche sind faszinierende Amphibien, die sowohl an Land als auch im Wasser leben können. Die Möwe fliegt über das Meer und ruht sich auf dem Boot aus. Die Möwe fliegt über das Meer und ruht sich auf dem Boot aus. Elektriker müssen elektrische Anlagen und Betriebsmittel sicher installieren und instandhalten. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.